3, 2, 1 und... Ja, wir bauen heute aus. Wie ich schon gesagt habe vor 5 Minuten. Das ist so blöd. Wer will den Keller machen? So'n Folterkeller? So'n richtig geilen Kellerkeller? Nee, ohne Scheiß haben wir eigentlich ne Tür. Wir müssen unbedingt ne Tür machen. Ey Leute man, ohne Witz. Also wenn die unseres sehen wären, werden sie sich auf jeden Fall ran sneaken, denk ich sogar. Die werden nicht kommen. Sobald die Tür aufgeht, hören wir das. Sie werden nicht kommen, sie haben sich eine Skybase gebaut. Wo machen wir jetzt die Tür? Hier? Was? Die haben eben gesagt, dass sie sich ne Skybase gebaut haben. Das haben sie angedeutet, aber wer weiß ob das stimmt, die labern viel Scheiße. Mach das noch einmal, Marcel. Komm her, mach das noch einmal. Hä, ihr könnt euch gegenseitig hauen? Nein. Ich hab mich angezündet. Ach man Leute, das ist langweilig wenn wir die nicht finden. Was sollen da? Ich versteh's auch nicht. Falls Leute dieses YouTube Video gucken, bitte Leute, guckt dieses Video nicht weiter. Es ist langweilig. Nein. Zuschauerbindung, ade. Lauf hier, ruhig hier. Warte mal ganz kurz. Oh nein. Alter, hab bitte keine Magasin für so. Regeln. Oh, Entschuldigung. Bitte. Da hat er den MP4-4 Bonus gezogen. Alter, da war ich gleich wieder voll im Krieg. Bitte nicht hier. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, das ist dein Problem. Was ist los Domse? Also was machen wir? Sollen wir jetzt auch mal im Kreis laufen und suchen. Was los Domse an mal? Wie wir gucken, wie wir labern. Das ist so nervig. Diese Plan- und Ratlosigkeit. Ja, aber ganz ehrlich, die werden auch nicht viel mehr Essen haben als wir. Das Problem ist nur, die müssen das durch zwei teilen nur und wir müssen es durch vier teilen. Okay, dann lass doch jetzt mal im Kreis laufen und die suchen. Ich bin dafür, wir trennen uns. Also wir, ne im Ernst, lasst uns mal trennen, aber im gleichen Channel sein. Ich finde das eine sehr gute Idee, weil wenn die Ineskybis haben, wenn die sich kaum... Geht euch bitte hier einen Waypoint, okay? Wir treffen uns hier, falls... Sich aufteilen ist nicht intelligent. Doch, das seht ihr auch hier im Horrorfilm. Das funktioniert immer. Alles klar, ich bin raus, Leute. Vielen Dank für das Projekt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ne, ne, Ernst. Wir teilen uns auf und laufen im Kreis uns entgegen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Ja gut, dann mach ich hier einen Waypoint. Aber was ist, wenn die merken, dass wir getrennt sind? Dann haben wir ein Problem. Wem? Es werden die 200% melden? Ich weiß nicht, ob die so schlau sind. Entscheidet euch! Die wissen, dass wir immer noch an einem Channel sind. Die können nur vermuten. Ich glaube nicht, dass sie... Sie werden niemals wissen. Alles klar! Zotto ist stiller gefährlicher Typ, du entscheidest. Komm doch her! Ich reiß das. Nein, es gibt eine Abstimme. Beste? Komm, stimme doch ab. Stimme doch ab. Stimme doch ab. Okay. Wer ist dafür? Zotto bist du dafür? Bist drin? Ja. Jedetritt? Nein. Marcel? Bist du dafür oder dagegen? Nein, ich bin dagegen, weil es einfach schwachsinnig ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag einfach nein. Eigentlich bin ich dafür, aber dann sind wir wieder 50-50. Scheiße. Oh, Alter. Ich laufe jetzt einfach Richtung Osten. So, wenn man Witt kommt, der kann jetzt mitkommen. Nein, Sie beantworten uns jetzt die Frage. Alter, ich gehe jetzt einfach Richtung Osten und ihr verfolgt mich jetzt. Sind wir nicht von da gekommen? Nein, wir sind von anderen Seite gekommen. Ja, du bist sowieso der Meister-Einbauer. Wenn sie dich überraschen, dann müsst ihr Inkschen bauen. Und wir müssen echt, wenn wir Tiere sehen, müssen wir sofort Tiere töten. Hä? Wo ist Zottel jetzt? Kommt der echt nicht mit? Doch, doch, doch. Der kommt jetzt in die andere Richtung. Nein, halt dein Maul. Ich will weiter an den Border gehen. Bleib da oben. Ja, die labern die ganze Krankenhäuser will. Die verarschen die halt, wir haben denen so gesagt. Ja, wir sind immer noch in der Skybase. Oh mein Gott. So dumm. Hier sind auf jeden Fall ein paar Tiere. Also da hinten ist ein Hirsch. Okay, sehr schön. Aber wir können auch wieder die Pilzsuppen-Taktik machen. Ja, könnte mal bitte kurz warten. Hier ist ein Schwein, hier ist ein Hirsch. Der ist weiter hinten. Könnt ihr bitte Bläh stehen bleiben? Ich komm zu dir, Zottel. Ich helf dir. Wie ist denn die Enderperle abstaubt? Ich schneid mal Löffel. Nee, falls Kriegner kommen, meine ich. Du kannst die Enderperle ruhig behalten. Ich brauche so einen Scheiß nicht. Hast du sie? Ich brauche so einen Scheiß nicht. Sehr gut. Okay, die nächste ist schon auch für mich. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Warum machen wir nicht wieder die Pilz-Taktik? Wir sind hier gerade im Pilz-Biom. Ja, aber das ist so nervig, immer Pilzsuppen zu machen. Das dauert ewig. Und für einen Kampf ist es... Weißt du, was auch nervig ist? Dieses Projekt hier gerade. Lass bitte an den Map ran gehen und im Kreis laufen. Okay, dann bauen wir gerade ein paar Pilze ab. Gut. Machen uns alle dann Pilzsuppen. Okay, ich nehme euer Essen. Äh, ja. Ich habe keine Blöcke zu hoch. Danke. Ihr wisst ja, wie Pilzsuppen gehen, oder? Was sind Pilzsuppen? Jo. Alles klar. Warte, komm schon. Droppt doch mal ein paar Pilze, du Kackbaum. Pilzbaum. Der droppt gar nichts. Ähm. Einer guckt aber trotzdem rum, oder? Nö. Ja, okay. Ich mache das. Ah, jetzt droppt er was. Pilzsuppen ist Schüssel mit einem roten, einem braunen Pilz. Genau. If you and me in paradise. Der Song ist so gut, einfach. Think twice. Wie ging Schüssel nochmal, ey? Äh, Mitte links, Mitte unten. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Ja, ist doch einfach nur logisch, du Spasti, man. Und er wird sich mal nachdenken, kann er. Ist gut, du. Ist gut, du, Marcel. Oh, lol, noch ein Enderman. Ja, den, den hole ich jetzt gerne. Den würde ich ganz gerne holen. Wo ist er hin? Weg, war er. Hat er eine ge... Nein, ne? Schade. Nee, hat er nicht. Schade, schade. Ich hab mich grad todeserschrocken, dieser scheiß Drecksvogel, man. Hä, die... Dieser Kackpilz hier droppt einfach nix. Ja, können wir jetzt los machen. Nein. Ich brauch'n Pilze. Jaaaa. So, dann geh mal weiter, oder? Digga, ich hab... Wollte mich jetzt rollen. Nee, wie viele Pilze hast denn du jetzt? Ich brauch wieder ein paar rote, ich hole mir hier noch die roten. Warte. Dann können wir von mir aufs los. Dann sollte das erstmal eine kleine Zeit lang reichen. Ja, ich... Könnt ihr mal bitte aufhören, hier mich zu versetzen? Ich mach doch gar nix. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ich hab euch verloren. Ich bin auch schon da. Ich bin auch immer bei der, äh... Hier... Hier hinten, ne? Edithetschild, den Baum. Ach, da seid ihr. Okay. Ja, dann lasst losgehen jetzt. Ich bin bei Zoddel. Da bist du, Marcel. Wir beide sind hier. Ja, warte ganz kurz. Ich muss dir noch ein paar Sachen wegwerfen jetzt. Okay. Dann mach das doch mal. Oh, Wei... Warum wirfst du Weizen weg? Ah, das war ein Stück. Haha. Ja, das ist schon Hoffnung. Schade, dass man diese Käfer nicht essen kann. Schade, das wär cool, ey. So, Leute. Edithretto gehst in Richtung Westen. Wir wollten doch in Richtung Osten. Ja, warte. Wir wollten doch in den Osten. Jetzt kann ich den Aussi-Dialekt nicht mehr. Wie ging denn nochmal, Marcel? Hilf mir. Du kannst das doch, oder? Was willst du denn? Das ist so schwer, wenn man das grad nicht im Ohr hat, kriegt man das nicht hin, ne? Ich weiß nicht, was du willst. Nee, das ist nicht Osten. Ich weiß auch nicht, was du von mir willst, deswegen hab ich's ja gesagt. Okay. Was ging Osten, ihr Schweine? Nein, haben wir gar nicht. Wir finden den Dialekt nur witzig. Das ist genauso wie bestimmt viele diesen Fälzer Dialekt. Die Dialekte sind überall unterschiedlich. Ja, ich weiß. Die Dialekte sind überall unterschiedlich. Sorry, Mr. Verfickt Grundschulen Erdkunde. Ach so. Ah. Ja, ich verstehe, was du gemeint. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal Richtung Südost. One Eddie! Mein Fall. Au. Mann. Wo lauf ich eigentlich lang? Folgt ihr mir jetzt alle? Okay, dann gehen wir jetzt mal da lang, weil da ist bestimmt die Skywits von denen. Du bist die Mutter, Anton. Du bist die Mutter, Anton. Du bist die Mutter, Anton. Ich will sowas nie wieder hören. Danke. Hey, hier waren wir doch auch schon mal. Sorry, Banner. Ich bin ja nicht voll an dieses Zerklift. Also, oben auf den Bäumen ist überall Coverstone, ne? Ja, waren wir doch nicht. Ey, aber wollen wir jetzt mal ohne Scheiß in dieses Ding hier. Ach was. Ähm. Bestimmt kommen sie jetzt so von den Bäumen runtergestürzt auf uns. Nee. Kommt 0, 1000, 0. Genau. Ja, ja. Warte ganz kurz. Highs, Waypoints, Add. So, 0. Oh ja. 0, 1000, 0. Das ist außerhalb der Map, Marcel. Nein, 1000, 0. So, dumm, Mann. Das war so glücklich. Das musst du doch nicht aus Waypoint. Jetzt habe ich einen Waypoint, wo ist denn das? Ja, da bist ja gleich drin. Das ist außerhalb der Map. Doch da. Wir rennen jetzt einfach in die Richtung. Wir rennen jetzt in die Richtung zum Waypoint. Wo rennst du denn lang? kommt einfach folgt mir einfach auch meine franz muss ich dir einfach die der ersten koordinaten gepostet war ganz kurz ja ja ist egal wir sind zu viert so ich habe den waypoint wir nähern uns dem ganz vorsichtig ich gebe dem waypoint diese farbe dann ist er knallig und da ist er okay folgt mir alle ich habe keine höhe eingetragen jetzt kommt doch einfach mit folgt mir aber seid vorsichtig hast du keine pilzzuppen ich war ich war ja der der ausschau halten müssen seid ihr alle hinter mir ich musste pilzzuppen essen und die gehen voll ich bin so aufgeregt nehmt die waffen schon mal in den anschlag ja das ist der klick da ist jetzt nicht so ich glaube mit schwätern läuft es sich besser als man aus für sie macht das der waypoint genau hier in die richtung okay ja könnte hinkommen jetzt müssen wir quer praktisch noch mal über die map da liegt vielleicht für jemanden habe ich so ich gucke schon mal irgendwas auf der russchau ich kann nein haben die sich wirklich auf in dem nager turm gebaut in dem nager siehst du den turm nein aber da müssen wir auf jeden fall hin gerade ja wir müssen noch weiter als das das ist noch weiter weg das ist dahinter glaube ich guck mal wir sind noch 400 blöcke weiter ich werde fast in die schlucht gefallen der nager ist auf jeden fall nicht hier drin ja die haben doch glaube ich schon alle nagers gekillt ich wollte mich auch mal irgendwann an so nager versuchen ja an eins hätte ich auch noch mal los gehabt da kann man nichts machen aber wir sind auf jeden fall gleich da ja ihr ein bisschen schneller als wir ach so ich verstehe nicht warum wir nicht so essensprobleme habt ich glaube das ist manchmal mein kopf richtig mobbing das liegt am gericht ganz normalen laufen nicht einfach du darfst halt nicht so viel hüpfen ja springen jetzt nicht mehr so ja natürlich ich kann einfach springen ja okay alles gut ihr darfst nur nichts aus wie hüpfen okay also ich sehe auf der russ okay ich gehe mich ja saufen tschüss adieu welt das ist ja wirklich tief sind alle da eins zwei drei groß nummer vier zottel fehlt ne hallo stopp guckt mal auf die karte bastell bleibt stehen mach mal die karte groß siehst du das du meinst links hin nein da ist so ein komisches rundes ding ja ja ich weiß lass doch mal hinlaufen das alter da müssen wir sau vorsichtig sein wer weiß was das ist das sieht nämlich nicht nach einer skybase aus hier ist ein zombie gestorben hier sind fackeln ja alter leute bleibt wir müssen man sich da zusammenbleiben hier ist irgendwas im busch das nehme ich direkter hier ist nicht doch da ist irgendwo das ist einfach nur ein hohler baum den haben wir schon öfter das ist das ding hier das ist kein hola das hier doch die waren hier schon öfter da haben wir schon drei oder vier stück von gesehen wo soll es die skype sein ja weiter weiter wie weit ist in der weibung noch weg da geht noch ein bisschen in die richtung ja eben da ist doch schon die verarschen uns das ist eine falle passt seit mal ein bisschen vorsichtiger da oben ist unsere alte base aha also es ist eine falle die kommen jetzt gleich mit einer ich schwöre das ist eine falle wer hat das wasser gesetzt? Leute ich glaube es nur von uns wer von ich was nicht wer dann macht das weg das war eben oder vielleicht wollen die von da oben runter springen deswegen ist das wasser hier eben ja eben mach das wasser weg das denke ich mir gerade aber wisst ihr was ich baue mich da jetzt rein in den baum wow das war ich habe gerade schaden bekommen durch das war nicht der zombie ich habe gerade vier herzen schaden verloren die sind hier irgendwo ja ich wurde gerade mit der sniper abgeschossen ich habe gerade vier herzen verloren oben oben die sind auf dem baum wo wir als zweites waren die sind auf dem baum wo wir als zweites waren welcher baum? welche Richtung? ja direkt südwesten der zweite baum da stehen sie beide oben auf der baumkrone und gucken runter ja ja ist so ist so ich sehe sie okay sie snipen sie snipen Achtung oh fuck das ist halt der baum wo wir vorhin waren ja 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 wo wir uns ausgerustet haben oder was? ja 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 nein nein nicht wo wir uns ausgerustet haben das ist der wo wir gewartet haben achso dort okay ja ja alter zum glück haben sie unsere basis nicht gefunden die haben sich schon längst gelootet du Affe okay Leute wir sind in dieser Folge wieder wir müssen uns echt mal überlegen was wir da machen bis zur nächsten Folge tschüss tschau bis dann tschau bis dann came und bekommen ja